Der Finale ist gestartet und den besten Start hat der Stefan Katz wieder, der Kettman an der Spitze, die Vögel. Stefan Katz vor Jonas Kürbel. Jonas Kürbel kommen hier auf 2 und Kitschinspeise auf 3. Stefan Kürbel kommt sogar in Durchbruch im Passaufbau. links ist der 3er und 4er ist der Klingel Rudolf. Das Klingel ist der Klingel. 1,500 Meter. McCann Streicher Das guide den Pferde für die Klingel. Beach Está rein für meine Klingel.